Grüße, in dieser Folge der Aha-Momente erfahren wir von unserem originellen Becker-Original Becker Peter Lechner Jr. Ihr kennt ihn auch aus der Folge 46. Etwas über die unterschiedlichen Brotsorten und die Unterschiede zwischen diesen Brotsorten. Möge der Aha-Moment mit euch sein. Servus und Grüß euch zu einer neuen Folge Becker to the People. Ich bin der Peter Lechner und ich dazu euch alles rund um den Beruf des Bäckers. Unsere Rohstoffe, was wir alles draus machen und sozusagen das kleine Einmaleins der Bäckerei. In den heutigen Folgen erkläre ich euch so ein bisschen den Unterschied zwischen Schwarzbrot, Weißbrot, Vollkornbrot und so weiter. Und da fängt der Chaos an zum Stinker sozusagen, weil da müssen wir schon mal definieren zwischen dem, was Kunden oft sagen zu Produkten, was sie meinen, was angeschrieben ist und was gesetzlich vorgeben ist. Weiß ist nämlich so, dass es einen Grund hat, warum Sachen heißen, wie sie heißen. Das ist alles definiert im österreichischen Lebensmittelkodex oder bekanntes Lebensmittelbuch. Und da kann ich gleich vorweg sagen, für alle, die, was es interessiert, die brauchen ein österreichisches Lebensmittelbuch googeln. Dann kommt man gleich auf die Seiten und da sind alle Kapitel über die spezifischen Lebensmittelkategorien aufgelistet. Und da kann man sich alles durchlesen, was alles gesetzlich geregelt ist, wie was zum Sein hat, wenn ich was in Umlauf bringe. Da gibt es Trinkwasser, Speise, Heiß, Honig, Obst und so weiter und so fort. Da ist das beste Beispiel die Sachertorte. Wenn ich eine Schokotorte in die Vitrine lege und da hinschreibe Schokotorte, werden 90% der Leute sagen, hey, bitte gib mir diese Sachertorte. Obwohl sie eh dasselbe meinen, meinen sie doch was anderes. Und je nachdem, ob ich es jetzt richtig anschreibe oder falsch anschreibe, ist es halt richtig oder nicht. Es ist ein Unterschied, es gibt einfach Regeln, die ich zum Einhalten habe, wenn ich eine Sachertorte in Umlauf bringe. Die sind ausgehebelt, wenn ich es als Schokotorte in Umlauf bringe. Und das ist halt in dem Lebensmittelkodex genau geregelt, damit eben dann nicht so ein Wischiwaschi rauskommt. Zurück zu den Broten. Bei den Broten unterscheidet man halt einfach zwischen Roggenbrot, Weizenbrot, Mischbrot und andere Brotsorten. Weil es natürlich gerade in den letzten Jahren immer mehr ödere Weizen- und Getreidesorten aufkommen, die man verwendet. Das sagt man einfach andere Brotsorten, dass man da einen schönen Überblick hat. Beim Roggenbrot und beim Weizenbrot ist es halt einfach so geregelt, dass ich nur maximal 10% andere Mahlprodukte eingeben darf. Dann ist halt einfach die Definition zulässig. Kann ich beim Roggenbrot, wenn ich einfach lustig bin, 10% Dinkel dazugeben, weil ich einfach so sage, so ist mein Roggenbrot und dann passt das so. Das ist ja beim Weizenbrot. Darf ich 10% andere Sachen dazugeben, wenn ich möchte. Beim Mischbrot ist es halt auch wieder so, ich muss mehr als 10% reingeben, aber weniger als die Hälfte. Ist halt einfach so definiert worden und bei anderen Brotsorten kommt es halt immer darauf an, wie halt die Namensdeklaration ist. Bei einem Brot ist zum Beispiel auch da deklariert, wie das zum Sein hat, eben mit dieser typischen Kruste, bis es aufgerissen ist. Da ist es halt geregelt. Dann gibt es natürlich auch so Spezialbrote, nenne ich es jetzt einmal, sowas wie ein Gläzenbrot. Ist nicht dasselbe wie ein Früchtebrot. Ein Früchtebrot ist zum Beispiel komplett eigengeregelt. Ein Früchtebrot hat verschiedene Dörrfrüchte enthalten und ein Gläzenbrot muss halt einfach nur Gläzen drinnen haben. Ist natürlich für den einen ein Gläzenbrot, ein Früchtebrot und für den anderen ein Früchtebrot, ein Gläzenbrot. Reden auch oft die Leute für einen Abend. Ist oft was Unterschiedliches gemeint oder sogar dasselbe gemeint, obwohl es anders heißt. Ja, ist halt Geschmackssache in dem Fall oder man muss halt je nachdem, wie ich es in den Verkehr bringe, richtig deklarieren. Und für das ist halt das Lebensmittelbuch in dem Fall zuständig. Was auch immer wieder spannend ist, sind die verschiedenen Semmau-Varianten. Jeder kennt ein Haunsemmau. Wird ganz normal aufgeschlagen. Vom Tagling her. Ich habe meinen Daumen drauf und schlage halt über den Daumen immer wieder ein und habe dieses Sternmuster. Dasselbe habe ich natürlich auch bei einem maschinell hergestellten Semmau. Da habe ich halt einfach nur eine Stanze, die von oben nach unten, das Semmau eingedrückt und ich habe genau dasselbe. Da habe ich natürlich den Vorteil, dass ich ein gleichmäßiges Produkt habe. Da habe ich halt einfach keinen Daumen im Endeffekt im Weg, wo ich den Teig dann am Schluss eingeschlagen muss. Das habe ich natürlich bei der Haunsemmel. Deswegen habe ich immer so einen kleinen Dübchen überstehen und ich bin nicht komplett rund, was ich halt einfach beim gestanzten Semmau als Vorteil habe, dass es halt einfach gleichmäßiger bockt. Dann gibt es natürlich auch regional unterschiedliche Semmau, wie das steirische Langsemmau. Was halt einfach ein bisschen wie eine Wurstformel, nicht viel, gerade dass es ein bisschen oval ist. Und dann nehme ich eine runde Stange, drücke es mittig ein und tue es schon fast durchdrucken. Also einmal ganz wenig Teig zusammenhalten und tue es so bochen. Manche tun sie noch ein bisschen anstauben, manche tun sie nicht anstauben. Ist halt unterschiedlich. Es gehört noch Sonnensemmel, was so eine Art sonnensternförmige Stanzen ist. Mit dem ist es auch einfach nur ein Stanzen und ich habe das Muster oben drinnen. Das, was aber alle Semmeln wieder gleich haben, ist, dass sie mindestens 46 Gramm haben müssen. So kann ich garantieren, dass wurscht, was als Semmeln in Umlauf gebracht wird, dass nicht der eine ein Semmeln mit 30 Gramm um das selbe Geld verkauft, wie einer, der mehr Semme, mehr Teig verkauft für das selbe Geld. Deswegen gibt es eben diesen Lebensmittelkodex, damit ich da gleiche Bedingungen für alle schaffe. Was halt aber auch nur gilt eben für Produkte, die in Österreich in Umlauf gebracht werden. Wenn ich Produkte da mache, aber im Auslandverkauf gilt die ganze Regelung nicht mehr. Das, was natürlich auch viele Leute bei Rezepten sehen oder generell, wenn sie sich mit dem Thema Backwaren auseinandersetzen, sind gewisse Fachwörter. Bei den Fachwörtern sind oft Wörter dabei, die man halt einfach im normalen Leben selten braucht, aber die dann, wenn man viele Rezepte lässt, dann immer wieder auftauchen. Und da würde ich gerne mal ein paar erklären, dass wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Das, was man ganz oft sieht, ist der Zug, der Tippel oder Dübel, heißt überall immer ein bisschen was anderes, aber ist im Endeffekt nur ein Loch im Ofen hinten, über das ich die Luftfeuchtigkeit rauslassen kann oder drinnen lassen können kann. Je nachdem, was für ein Produkt, was ich habe, brauche ich vielleicht die Luftfeuchten und sage, okay, der Ofen soll zu sein, da soll alles drinnen bleiben oder der Ofen soll hinten offen sein und die ganze Luftfeuchten soll raus sein. Machen halt die meisten daheim, indem sie den Ofen aufmachen oder halt ein Wasser reinstellen, ist aber halt nicht dasselbe. Was auch bei Broten sehr gern gemacht wird, ist das Quellstück bzw. das Brühstück. Wenn ich einfach Weizenprodukte habe und die mit kaltem Wasser übergieße und über die Nacht stehe lasse, habe ich das Quellstück. Wenn ich es mit heißem Wasser übergieße und dann schneller verwenden möchte, dann ist es das Brühstück. Das brauche ich natürlich dann nicht so lange stehen lassen, hat aber auch nicht dieselbe Qualität, wie wenn ich es über lange Zeit mit kaltem Wasser übergieße. Dann gibt es noch die Gärproben, damit ist meistens die Dreiviertelgare gemeint bei Teiglingen, dass wenn ich mit den Daumen reingedrücke und damit meine Zart reingedrücken und nicht wie ein Autoreifen angreifen, dass der Teigling wieder zurück in seine Form geht und man nur mal ganz leicht sieht, da habe ich reingedrückt, das ist die Dreiviertelgare. Wenn ich reingedrücke und er bleibt wie es ist, dann habe ich die Vollgare. Und wenn ich reingedrücke und das geht wieder genau zurück, wie es war, dann habe ich die Halbgare oder bin noch weiter davor und habe noch genug Zeit, dass ich dem Gärstück noch Zeit gebe, dass er sich in die volle Gare begibt. Dann gibt es noch die PK-Probe und das hat jetzt eigentlich nichts mit Star Trek und Captain PK zu tun, sondern wenn ich jetzt verschiedene Mehleiter heim habe und ich habe es vergessen zum Ausschreiben und ich weiß nicht mehr, in welchem Geschirr was, was ist, gebe ich es einfach auf eine dunkle Unterlage, tue es schön glatt aufstreichen und tue es ganz leicht befeuchten. Und dadurch kommt besser zur Geltung diese typischen Farben von gewissen Meilen. Wenn ich einfach habe das Roggen 500 und das Weizen 700 und ich kann das vielleicht so mit freien Augen nicht unterscheiden, weil ich nicht so oft bochen tue, mache ich die PK-Probe, lege mir das auf, mache es ein bisschen feucht und dann sehe ich schön, weil sich das dann viel mehr zur Geltung kommt, hey, das ist viel dunkler, das ist viel heller, das ist griffiger, kann ich dann einfach viel schöner raus sein. Und so kann man sich ein bisschen helfen daheim, wenn man halt das mal umgeladet hat in einem Geschirr und man nicht mehr weiß, was ist was. So, und das war es auch schon wieder mit der Folge Back to the People. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und es waren lustige, schöne, interessante Sachen für euch dabei. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt es 5 Sterne, gebt es 10 vor 10 Kipfel, wo es halt euch ein Podcast hört, teilt es Daumen nach oben, sagt es weiter. Wenn ihr Feedback habt, schreibt es eine E-Mail an Willi und Bianca oder ein Fax oder ruft ihr es an, schickt ihr einen Brief da, sich freuen sich über alles, was ein Feedback kriegen von den Leuten. Wenn ihr noch vielleicht Interesse habt, an die AHA-Folgen oder vielleicht Themenvorschläge, Anregungen, könnt ihr das auch jederzeit gerne denen schreiben, da würde ich mich auch freuen, weil wenn ihr gewisse Themen noch hören wollt, oder über Produkte was erfahren wollt, nehme ich mir die Zeit und dann hören wir sich hoffentlich wieder. Jo, das war's für heute. Wir hoffen, ihr hattet euren AHA-Moment. Wenn ihr Bauer to the People unterstützen wollt, dann schaut gerne mal vorbei auf unserer Website www.bauer-to-the-people.at Dort findet ihr die Möglichkeit, uns mit kleineren und größeren Beträgen auch finanziell unter die Arme zu greifen. Wenn ihr Bauer to the People anwärtig unterstützen wollt, dann liken und teilen auf unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram. Wir freuen uns, wenn wir möglichst viele Menschen erreichen. Je mehr wir erreichen, desto größer unser Impact. Danke und g'viert euch. Musik schön